BILD Breaking News 4 Bundesländer wollen die Corona-Quarantäne kippen. Die Isolationspflicht für Corona-Infizierte soll dort aufgehoben werden. Es handelt sich dabei um Baden-Württemberg, um Bayern, Hessen und Schleswig-Holstein. Das teilte das Gesundheitsministerium in Baden-Württemberg eben gerade mit. In diesen Ländern sollen dann zeitnah neue Regelungen in Kraft treten. An den Details würde derzeit gearbeitet werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017